Herzlich willkommen zu einem neuen Review von Top Trends. In diesem Video stellen wir dir den Russell Hobbs Multikocher mit 6,5 Liter Fassungsvermögen vor. Ein wahres Multitalent in der Küche. Mit seinen 8 verschiedenen Kochfunktionen und dem großzügigen Fassungsvermögen ist dieser Multikocher nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern auch äußerst effizient. Ob du scharf anbraten, rösten, schmoren, sous-vide garen, schon garen, dampf garen, reißkochen, kochen, sieden oder einfach nur warm halten willst, dieses Gerät bietet dir alle Möglichkeiten in einem kompakten Design. Besonders praktisch, der Multikocher ist Spülmaschinen geeignet und verspricht bis zu 59% weniger Energieverbrauch als ein herkömmlicher Ofen. Tauche mit uns ein in die Welt des Russell Hobbs Multikochers und erfahre, warum dieses Gerät deine Küche revolutionieren könnte. Der Russell Hobbs Multikocher besticht durch sein robustes und langlebiges Aluminiumgehäuse, das nicht nur modern aussieht, sondern auch extrem widerstandsfähig ist. Das Gehäuse wurde in 100 Zyklen in der Spülmaschine getestet und zeigte keinerlei Abnutzungserscheinungen. Dies macht den Multikocher zu einem verlässlichen Begleiter in der Küche, der auch intensive Nutzung problemlos übersteht. Besonders hervorzuheben sind die Cool-Touch-Griffe, durch die du den Multikocher auch bei hohen Temperaturen sicher transportieren kannst. Durch den Glasdeckel aus gehärtetem Glas kannst du den Kochvorgang stets im Blick behalten, ohne den Deckel anheben zu müssen und somit Wärme entweichen zu lassen. Das digitale Bedienfeld ist benutzerfreundlich gestaltet und lässt sich mit nur einer Handbewegung abnehmen. Dies erleichtert nicht nur die Bedienung, sondern auch die Reinigung des Geräts erheblich. Dank der Versiegelungstechnologie kann der Multikocher vollständig in die Spülmaschine gestellt oder zur einfachen Reinigung in die Spüle getaucht werden. Der Russell Hobbs Multikocher bietet acht verschiedene Kochfunktionen, die dir eine Vielzahl von Zubereitungsmöglichkeiten eröffnen. Scharf anbraten Mit dieser Funktion kannst du Fleisch und Gemüse scharf anbraten, um ihnen eine knusprige Kruste und intensives Aroma zu verleihen. Ideal für Steaks, Hähnchenbrust oder gebratenes Gemüse. Rösten, Schmoren Diese Funktion eignet sich perfekt für das langsame Garen von Fleisch und Gemüse bei niedriger Temperatur. So werden die Speisen besonders zart und saftig. Sous-Vide-Garen Mit der Sous-Vide-Funktion kannst du Fleisch, Fisch und Gemüse bei niedrigen Temperaturen im Wasserbad garen. Dies sorgt für gleichmäßige Ergebnisse und bewahrt den natürlichen Geschmack und die Nährstoffe der Lebensmittel. Slow-Cook Der Multikocher bietet drei verschiedene Slow-Cook-Stufen, hohe Temperatur, niedrige Temperatur und Warmhalten. Diese Funktion ist ideal für Eintöpfe, Suppen und Schmorgerichte, die über einen längeren Zeitraum bei niedriger Temperatur gegart werden sollen. Dampfgaren Mit dem mitgelieferten Dampfkorb kannst du Gemüse, Fisch und andere Lebensmittel schonend dampf garen. Diese Zubereitungsmethode bewahrt die Vitamine und Mineralstoffe der Lebensmittel. Reis kochen Durch die Reiskoch-Funktion gelingt Reis immer perfekt, egal ob du weißen, braunen oder Basmati-Reis zubereiten möchtest. Kochen-Sieden Diese Funktion eignet sich zum Kochen von Suppen, Eintöpfen oder zum Sieden von Wasser für Nudeln und andere Speisen. Warmhalten Mit der Warmhalte-Funktion kannst du Speisen nach dem Kochen warmhalten, bis sie serviert werden. Ideal, wenn Gäste erwartet werden oder die Mahlzeit zeitlich flexibel sein soll. Der Russell Hobbs Multikocher ist nicht nur vielseitig und praktisch, sondern auch umweltfreundlich. Im Vergleich zu einem herkömmlichen elektrischen Ofen verbraucht der Multikocher bis zu 59% weniger Energie. Dies wird durch den direkten Vergleich beim Garen eines ganzen Brathähnchens vom etwa 1,4 kg bei 190 Grad Celsius belegt. Durch den geringeren Energieverbrauch kannst du nicht nur deine Stromkosten senken, sondern auch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Der Multikocher ist somit eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Kochmethoden und hilft dir dabei, deine Küche energieeffizienter zu gestalten. Die Bedienung des Russell Hobbs Multikochers ist denkbar einfach. Über das digitale Bedienfeld kannst du die gewünschte Kochfunktion einfach per Knopfdruck auswählen. Durch den Timer kannst du die Garzeit genau einstellen, ohne ständig auf die Uhr schauen zu müssen. Sobald die Garzeit abgelaufen ist, wechselt der Multikocher automatisch in den Warmhaltemodus, sodass deine Speisen bis zum Servieren warm bleiben. Dank des abnehmbaren Bedienfelds und der Versiegelungstechnologie lässt sich der Multikocher problemlos reinigen. Du kannst das Bedienfeld einfach entfernen und das Gerät entweder in die Spülmaschine stellen oder in der Spüle reinigen. Dies spart Zeit und Aufwand bei der Reinigung und sorgt dafür, dass der Multikocher stets hygienisch sauber bleibt. Der Russell Hobbs Multikocher wird mit nützlichem Zubehör geliefert, das dir zusätzliche Kochmöglichkeiten bietet. Der mitgelieferte Dampfkorb ist perfekt für das Dampfgaren von Gemüse, Fisch und anderen Lebensmitteln. Mit dem Bratenrost kannst du Fleisch und Geflügel schonend garen, ohne dass sie im eigenen Saft liegen. Mit einer Leistung von 750 Watt ist der Multikocher leistungsstark genug, um auch anspruchsvolle Kochaufgaben zu bewältigen. Das großzügige Fassungsvermögen von 6,5 Litern bietet ausreichend Platz für kreative Menüs für die ganze Familie oder für Gäste. Ob du ein Festessen für die Feiertage planst oder einfach nur eine schnelle Mahlzeit zubereiten möchtest, der Multikocher ist stets ein zuverlässiger Helfer in der Küche. Um die Leistung des Russell Hobbs Multikochers besser einordnen zu können, lohnt sich ein Vergleich mit anderen Multikochern auf dem Markt. Viele Geräte bieten ähnliche Funktionen, jedoch gibt es einige Unterschiede in Bezug auf Bedienung, Energieeffizienz und Reinigung. Ein großer Vorteil des Russell Hobbs Multikochers ist die Spülmaschinengeeignetheit durch das abnehmbare Bedienfeld. Dies erleichtert die Reinigung erheblich und spart Zeit. Zudem punktet der Multikocher mit seinem robusten Aluminiumgehäuse, das auch nach häufigem Gebrauch keine Abnutzungserscheinungen zeigt. In puncto Energieeffizienz setzt der Russell Hobbs Multikocher ebenfalls Maßstäbe. Der um 59% geringere Energieverbrauch im Vergleich zu einem herkömmlichen Ofen ist ein starkes Argument für alle, die umweltbewusst kochen möchten. Andere Geräte auf dem Markt bieten oft nicht dieselbe Energieeffizienz und können in diesem Bereich nicht mithalten. Ein Blick auf Kundenbewertungen und Testberichte im Internet zeigt, dass der Russell Hobbs Multikocher bei Nutzern sehr beliebt ist. Viele Kunden loben die Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit des Geräts. Besonders die einfache Reinigung und die Energieeffizienz werden häufig positiv hervorgehoben. Einige Kunden bemängeln jedoch, dass die Bedienungsanleitung etwas ausführlicher sein könnte. Hier wäre eine detailliertere Beschreibung der einzelnen Funktionen und Tipps zur optimalen Nutzung hilfreich. Insgesamt überwiegen jedoch die positiven Bewertungen und viele Nutzer sind begeistert von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und der praktischen Handhabung des Multikochers. Der Russell Hobbs Multikocher ist ein vielseitiges und benutzerfreundliches Küchengerät, das in keiner modernen Küche fehlen sollte. Mit seinen acht Kochfunktionen bietet er zahlreiche Möglichkeiten, um köstliche Mahlzeiten zuzubereiten. Vom scharf angebratenen Fleisch über schonend gedämpftes Gemüse bis hin zu perfekt gegartem Reis. Dank des robusten Aluminiumgehäuses und der Cooltouch-Griffe ist der Multikocher nicht nur langlebig, sondern auch sicher in der Handhabung. Die einfache Bedienung und die Möglichkeit, das Gerät vollständig in der Spülmaschine zu reinigen, machen die Nutzung besonders komfortabel. Ein weiterer Pluspunkt ist die hohe Energieeffizienz, die nicht nur deine Stromkosten senkt, sondern auch einen Beitrag zum Umweltschutz leistet. Der Russell Hobbs Multikocher ist somit eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Kochmethoden und hilft dir dabei, deine Küche effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten. Insgesamt überzeugt der Russell Hobbs Multikocher durch seine Vielseitigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Energieeffizienz. Wenn du auf der Suche nach einem zuverlässigen und praktischen Küchengerät bist, das dich bei der Zubereitung köstlicher Mahlzeiten unterstützt, ist dieser Multikocher die perfekte Wahl. Wir können den Russell Hobbs Multikocher uneingeschränkt weiterempfehlen. Bei Amazon erreicht der Russell Hobbs Multikocher eine Kundenzufriedenheit von 4,4 von 5 möglichen Sternen bei derzeit über 500 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 87 Euro. Das war's mit unserem Video über den Russell Hobbs Multikocher. Du kannst ihn dir genauer ansehen und den aktuellen Preis prüfen, wenn du am besten so gleich auf den angegebenen Link unterhalb dieses Videos klickst. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast und wir hoffen, dass wir dir bei deiner Entscheidung den Russell Hobbs Multikocher zu kaufen helfen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zum Multikocher von Russell Hobbs haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen, dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Video schaust. Solltest du gerne, wenn du das Video schaust hast, wenn du das Video schaust hast. Solltest du gerne, wenn du das Video schaust hast, wenn du das Video schaust hast, wenn du das Video schaust hast.